Wir sitzen da jetzt in der World Lounge in München. Der Flug hat leider auch ein bisschen verspätet. Dumbob. Prost. Let's go. Willkommen in der Airport Lounge World am Flughafen München. Hier erwartet euch eine Oase der Entspannung und des Komforts. Perfekt, um vor eurem Abflug nochmal richtig durchzuatmen. Die Airport Lounge World in München bietet euch Zugang mit dem Priority Pass sowie als Business Class Lounge für Passagiere verschiedener Fluggesellschaften. Liebe Wehingers, wir wünschen euch eine wunderbare Reise. Lasst euch verwöhnen und kommt entspannt an eurem Ziel an.